Wir lassen ihn in den Haus tanzen. Dom Nathus und unseren ersten Hauptstadtmeister, Wolfgang Ritter und der Spießpaar. Applaus Ja, ihr Applaus für GameCop, unseren Preis für die Wiese. Der Hanks, der mittlerweile in den Hauptstadtmeister gekämpft hat. Und ich habe das Gefühl, dass er bei uns im Bestand alt wird. Also natürlich nicht alt in Form von Schnellalter, sondern alt in Form von, dass er bis zum Lebensende bei uns im Bestand bleibt, weil er so gut nachgefragt wird. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Applaus Ja, wir hatten hier schon Statements aus Belgien. Wir nehmen hier schon und nein. der Lamael, lechonlos,